Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu 1004 Gemeinkraftmonster. Ihr seht im Inventar schon, ich habe ein bisschen rumprobiert. Ja, ich wollte erst das hier mit Pfeiltüren machen und dann aber... Wo ist die Pflanze hin? Die Pflanze ist weg. Scheiße. Äh, egal. Äh, aber ich kann ja gar keine Pflanze setzen, wenn ich hier schon das hab. Die Pfeiltüren. Dementsprechend kann ich auch getrost das hier mal wegnehmen. Oh. Und da einsitzen. Und dann halt die Bäume bauen und dann einfach hier so ringsherum die Blumen machen. Und dann überlege ich, wie ich das hier mit dem Zaun mache. Irgendwie werde ich das machen, ich weiß noch nicht wie. So. So. Ne? Müssen wir natürlich noch Blumen holen gehen und Holz. Und das werden wir nämlich jetzt machen. So. Ich überlege. Hm. Ich würde das gerne mit Gras machen, aber... Einfach so Gras wächst ja dann nicht, oder? Kann ich das irgendwie Gras abbauen oder so? Ich müsste auch mal meine Schere holen. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Habe ich die hier mit? Ne, ne? Ne, die hatte ich, glaube ich... Ach, scheiß drauf. Nach. Ich habe natürlich das Eisen auch nicht dabei. Egal. Jetzt muss ich erst mal gucken, welchen Baum ich nehmen will. Also, welche Baumart. Und mir davon mehr besorgen. Ich meine... Ne. Ich dachte, ich habe hier einen hübscheren zu Hause. Aber... Oh, Blumen. Ganz viele Blumen. Ich nehme mir einfach mal ein paar blaue... Äh, weiße. Mit. So. Holen wir natürlich noch andere. Ja, auch noch ein paar blaue. Auch noch ein paar blaue. So. Weiß, blau. Rot möchte ich noch. Also Rosen. Und mal gucken. Was ich noch so finde. Kommt jetzt her, du Sau. Gibt es denn das? Warum kommt eh irgendwann weg? Öh, ja. Das war es ja. So. Was ist denn das hier für einer? Orange Leaf. Ne, so welche möchte ich dann nicht. So welche möchte ich dann nicht. Denke ich. Jetzt hau doch mal ab hier. Was soll denn der Mist? Kusch. Verschwind. Mann. Ich glaube, ich muss noch mal in den Forest. Erstmal muss ich wissen, wo ich meine blöde Schere habe. Schere. Oder wo ich noch ein bisschen Eisen habe. Scheinbar habe ich weder das eine noch das andere hier. Das ist ja ein wahrer Traum. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Warum habe ich hier kein Eisen und nix? Nix habe ich. Eisen Erz. Habe ich da draußen für Eisen? Ist das? Oder habe ich da nur für Gold? Wie war denn das? Ich versuche mal. Eisen? Erz. Nee, geht. Okay. He, he, he. Da mache ich mir ein paar Eisenbarren. Ja, die kann ich mir jetzt auch mal mitnehmen. Mann. Da ist doch kein Mensch hier. So. Da habe ich noch ein bisschen Röschen. Ähm. Und da habe ich ein bisschen Absturz. Äh. Oh, Gelb. Ach, ist das ein Traum. Ah. Ein Traum in Gelb. Kann ich denn vielleicht mit der Schere das Gras und dann dafür sorgen, dass auch in dem Ding dort das ganze Grün wächst? Hm. Ich weiß es nicht. Weil ich hätte das schon gerne, dass da ein bisschen, äh, äh, Rasen ist. Um den Brunnen. Na mal gucken. Irgendwie wird das schon hässlich werden. So, hier ist alles geschmälzt. Ropp. Dankeschön. Müssten wir vier Stück rausbekommen. Das ist eine gute Ausbeute, muss ich sagen. So. Drei. Und vier, genau. Herrlich. So. Also ich muss nicht extra für jedes. Warte mal. Wenn ich nicht extra für jedes, dann kann ich doch, habe ich nichts dabei. Habe ich denn? Habe ich natürlich jetzt nichts mit. Na, ist egal. Ist ja egal. Sonst hätte ich nämlich was reingeschmissen. Was war das eigentlich? Alter, dieser Hirsch. Der geht mir ja voll auf den Piss. Was soll die? Schöne Sache. Was will ich jetzt machen? Ich wollte doch. Ich wollte mir doch eine Schere machen. eine Schere und dann in den Forest gehen. Mal gucken, was ich da an Bäumen finde. So auf die Schnelle. Ohne mich weit zu entfernen. Große Bäume auf jeden Fall. Ich hätte gern ein bisschen was Buntes an Bäumen. Gucken, ob ich da was finde. Wo ist eigentlich die Map? Wie war denn das mit der Map? Weiß ich gar nicht mehr. Scheiße. Hm. Ach, das ist doch blöd. Konnte ich denn so nicht? Hm. Hm. Kies? Was? Leck mich. Keine Ahnung, was das ist, aber ich mache es mal weg. Egal. Habe ich denn meine gute Axt? Hier. Gut, dann habe ich das. Okay. Die Frage ist jetzt halt, welche Bäume hätten wir gern? Ich möchte jetzt nicht diese weißen. Ich hätte gern... Hm. Vielleicht gemischt? Vielleicht gemischt so. Weiß ich nicht. Erstmal kloppe ich dich hier weg. Einfach so aus Spaß. Klung. Yay. Ja, das gibt viel Holz. Viel, viel Holz. Boah. Alter Schwede, 63. Oh, noch mehr. Mehr als ein Stack von einem schönen Baum. Ich hätte aber lieber das hier. Und da habe ich natürlich keinen Platz mehr für. Willst du mich denn veräppeln? Ich habe doch Platz gemacht zu Hause. Mann. Hier Leuchtkiffe brauche ich jetzt nicht. Ja gut, diese Bäume habe ich auch zu Hause. Was mich jetzt eher... Das wollte ich jetzt auch nicht. Sammelt es bloß nicht ein. Was ich jetzt gern hätte, wäre... Das Laub, beziehungsweise ja, das Blattwerk von diesen Bäumen. Sagte Blattwerk von diesen Bäumen. Hallo? Dazu betreten wir diesen Baum. Er ist ja betreten. Sieht nämlich ganz okay aus. Ich hätte ja lieber was Buntes gehabt, aber ist ja wohl nicht machbar für mich. Dann nehmen wir halt das. Brauche ich aber auch einiges von. Denke ich. Sammle ich nachher unten ein. Zumindest das, wo ich jetzt so nicht rankomme. So. Ich habe nicht genug davon dann. Vier Bäume möchte ich haben. Ich weiß nur nicht, ob ich die alle gleich möchte. Oh, da habe ich schon eine schöne Idee. Verschiedene Bäume, verschiedenes Holz. Und zwar... Ja, weiß ich nicht, was es hier noch für Bäume gibt. Hätte ich ja schon gern vier verschiedene Holzsorten und vier verschiedene Blattsorten. Das wäre doch schön. Mal schauen. Kriegen wir schon irgendwie gebacken. So. Willst du nicht runterspringen? Dann testen wir das, wie ich mir das vorstelle. Mal an einem Baum gleich. So. Also genug Blattwerk müsste ich jetzt haben. Ich weiß jetzt nur nicht, wo ich hinabfallen werde. Eine normale Schaufel habe ich gar nicht, ne? Ich habe jetzt nur die Blöre. Gut. Ah, hier falle ich runter. Okay. Gut zu wissen. Ich habe 64 jetzt schon davon. Na gut. Sollte ihr auch reichen. Oh Gott. Jetzt weiß ich wieder nicht mehr, wo ich lage. Scheiße. Komm ich jetzt? Verdammt. Ich muss da lang, glaube ich. Oder? Äh. Vergessen. Ich glaube, da lang ist falsch, oder? Da lang ist falsch, auf jeden Fall. Ich... Au. Ich bin definitiv nicht durch Wasser geschwommen. Dementsprechend wird es wohl da lang sein. Bin aber auch nicht sicher. Aber ich meine, in die Richtung könnte es sein. Na mal schauen. So. Ich hoffe, ich bin richtig. Sonst bin ich nämlich falsch. Und falsch möchte ich nicht. Falsche Scheiße. Falsche Scheiße. Das kann natürlich auch in die Richtung sein. Ich sehe nämlich jetzt nicht in irgendeine Richtung müsste halt noch so ein zweites Dungeon sein. Und da muss ich hin. Bei der Gelegenheit ein paar Blümchen mitnehmen. Holz habe ich ja genug. Hoffe ich. So. Hupe die hupe die hupe. Hm. Bin ich hier richtig? Ich bin unsicher. Ich glaube, ich bin hier nicht richtig. Ich glaube sehr, ich bin hier nicht richtig. An diesen Abgrund würde ich mich nämlich auch erinnern. Es sei denn, ich bin vorbeigelaufen an diesem Abgrund. Hm. Na, wir schauen mal. Ja, ich glaube, da könnte es richtig sein. Das ist gut. Dann gehen wir das mal testen. Ha, ich bin gut. Ich bin so gut. Ah, ich hätte gerne noch andere Holzsorten. Und. Aber ich will jetzt hier nicht überall rumrennen. Wir haben ja letztens gesehen, was dabei rauskommt. Ne? Wenn ich mich hier verirre. Dann komme ich nie wieder zurück. So, deswegen testen wir jetzt nochmal einen Baum. So, ich habe nur das Holz. Ich habe nur das Blattwerk. Okay. Jetzt schauen wir mal, wie es denn am besten aussehen würde, Tete. Das ist perfekt deutsch gewesen sein. Du, Fresse halten. Gut. Haben wir das geklärt. Dann. Mjam, mjam, mjam. Ich habe das so im Kopf mir überlegt, wie es dann in der Praxis aussehen würde, weiß ich jetzt nicht. Das wissen wir aber gleich. Gleich ist, gleich ist alles vorbei hier. Gleich ist Feierabend. So. Ähm, dann, dann. Ich hoffe, die Bäume werden noch nicht zu groß. Aber das testen wir gleich. 1, 2, 3, 4. Machen wir auch mal eine Fünfer. Oder? Ja. Eine Fünfer. So. Dann. Äh. So. Ne, Viereckig möchte ich eigentlich so eigentlich nicht haben. Er ist da oben. Ja, jetzt müssen sie natürlich wieder hochkommen. Ähm. So. So. Habe ich es nicht hier gemacht. So. Ähm. Ähm. Nein. So. Es sieht natürlich jetzt viel kleiner aus, als ich es im Kopf hatte. Und viel komischer. So. Ähm. Ja. Ja, nein. Ich denke, das sieht völlig scheiße aus. Ja, ich denke, das sieht scheiße aus. Das ist zu klein. Okay. Aber ein natürlich wachsendem Baum können wir hier, denke ich, auch vergessen. Ich denke nicht, dass selbst mit einer Milliarden Tonnen Knochenmehl das da ein natürlicher Baum wachsen würde. Ich weiß es gar nicht. im Berg. Habe ich noch nicht probiert. Ich lasse es jetzt erstmal als mahnendes Beispiel so stehen. Wie es nicht aussehen sollte. Egal. Weil ich hätte es gerne so eine Art so, dass es so eine Art runde, äh, runde Krone gibt. Ja, aber ich weiß gerade nicht, wie ich es am besten baue. Vor allem auf der kleinen Höhe. Und ich habe, wie gesagt, keine Lust da noch höher zu bauen. Hm. Naja, egal. Erfreuen wir uns an dem hier. Bäh. Ansonsten mache ich hier nur, weiß ich nicht. Ach, ich wollte ja noch gucken, ob ich Gras einsacken kann. Irgendwie. Tum, 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 tum. Und ob dann damit was wächst. Hier haben wir Gras. Für das wir keinen Platz haben. Es ist nicht zu fassen. Dann kriege ich kein Glas, äh, Gras. Was sind wir denn da überhaupt? Vielleicht brauche ich auch das da. Ach, das hier nehme ich mal weg. Was ist denn das da? Ich habe jetzt auch nichts, was ich dafür wegnehmen kann. Mann. Äh. Feuchtes Gras. Was ist denn das für ein Gras? Kurzes Gras. Hm. Was davon kann ich nicht nehmen? Ich teste mal mehrere Sachen. Feuchtes Gras denke ich mal nicht. Oder? Hm. Wir nehmen erstmal Gras. Und kurzes Gras. Und schauen, ob was wächst. Innerhalb von drei Jahren. So. Und so. Draußen gewittert's. Mal schauen, ob da hier was grün wird. Münzen könnte ich versuchen, eine Line zu legen. Bis dahin, wo es Gras gibt. Und hoffen, dass sich das bis hier drin ausbreitet. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ich habe ewig nicht mehr so gebaut in Minecraft. Und schon gar nicht mit Modpack. Da weiß ich überhaupt nicht, was möglich ist. Was nicht. Na, wir werden sehen, ob hier irgendwas passiert. Ansonsten sieht's halt so scheiße aus. Wie gesagt, der Baum. Da muss ich mal gucken. Mal überlegen, wie die Bäume am besten aussehen würden. Auf die Höhe. Oder einfach einen tiefer. Und. Hm. Ich weiß es noch nicht. Das finden wir noch ganz gemeinsam heraus. Wie gesagt, das sieht schon okay aus. Habe ich jetzt noch Marmor. Dann schließe ich Marmor ab da oben. Erst mal. Als Spitze. So. Gut. Ja. Okay. Das, äh. Sieht doch schon mal sehr blöd aus hier. Aber es macht nix. Ich kann ja mal ein paar Pflanzen setzen, oder? Nö. Ach. Was ist das hier? Können wir das mal einer erklären? Kreativ-Werkzeug-Modifikator. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Gut. Wir haben noch so viel zu tun hier, ne? So viel. Und wir kommen kaum voran. Jetzt wollen wir da noch irgendwo einen Marktplatz bauen. Also auch einen richtigen Markt. Hm. Wir wollen noch die Verwaltung. Wir wollen die Mine. Hm. Ich weiß noch nicht. Naja. Was soll's, liebe Freunde? Das soll's jetzt hier erstmal gewesen sein. Ich überlege mir noch, wie ich das so schön noch mache. Und wie ich das hier mit dem Gras am besten. Wie ich das grün bekomme alles. Bis dahin sage ich, äh, tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.